Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead 2. In der letzten Folge hatten wir einen langen Waldmarsch gehabt. Fünf Tage um genau zu sein sind sie durch den Wald geirrt. Und dann kam eine Begegnung auf der Brücke mit jemandem der uns eigentlich helfen wollte, aber Nick musste ja unbedingt schießen. Und jetzt sollen wir Wasser hier in meinem Haus für Elvin und Rebecca suchen. Sollen wir erst nochmal mit den Reden? Ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal, doch wir reden jetzt erstmal nochmal mit den beiden. Okay, brauchen auf jeden Fall Essen und Trinken. Oh Nick, ich rede mal mit Nick. Look, he's becoming a danger to the group. So who was that guy? I swear, it looked like he was holding you guys up. I figured he was with Carver. He seemed nice. Oh fuck. Das tut mir jetzt echt leid für Nick, dass er die letzte Sache von seinem Onkel hat verloren oder eher gesagt dagelassen. Und zurück gehen fünf Tage für die Uhr. Das wäre zu riskant wegen Carver. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, was haben wir denn hier? Empty cans, das ist nicht gut. Viersicher? Scheiße, was haben wir denn hier? Eine Truhe. Ich hoffe mal, die ist nicht verschlossen. Knöpfe drücken. Scheiße, die muss doch aufgehen. Ich sehe nicht eine Karte hier. Der Mann hat es wahrscheinlich gehabt. Okay. Derjenige, der Nick umgeschossen hat. Ah, Survival Knife. Knife. Kniefe. WM. Nice. Es fühlt sich ziemlich gut. Sehr schönes Messer. Okay, dann schauen wir uns mal weiter hier um. Skifahren kann man hier wahrscheinlich nicht mehr. Oh Mann, der hat hier ganz alleine gelebt, der arme. Und Nick schießt ihn einfach über den Haufen. Fuck. Kann doch nicht A sein. Hier muss doch irgendwas sein. Habe ich jetzt irgendwas übersehen oder so? Die Truhe. Und sonst ist das alles. Scheiße, hier ist definitiv nichts drin. Hätten wir denn mal den Schlüssel von dem Guten, dem Nick erschossen hat? Dann wäre vielleicht alles besser gewesen und einfacher. Okay, hier ist nichts. Da kommen wir nicht mehr lang. Dann reden wir jetzt nochmal mit den anderen. Dass wir echt nichts gefunden haben. Oder dass wir eher gesagt, einen Schlüssel... Ja, vielleicht können wir dann nochmal in die andere Richtung gehen. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum können wir da nichts... Ach, wir haben doch das Survival-Knall. Kneif. Ich habe schon wieder Kneif gesagt. Eventuell können wir ja damit die Truhe aufhebeln. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja, sicher, klar. Das muss so gehen. Okay. Ja, 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 ja. Ein sehr schönes Messer. Die Withered Gambit. Elven? Ja, ich glaube, wir hatten es schlecht. Schauen wir diesen Dump. Ich glaube, er hat Essen. Mann, f*** Nick. Ich weiß, du sagst, der Mann hat ihn auf ihn zuerst. Aber Nick war so ein verdammter Mensch. Ich würde ihn auf ihn, auch. Nick hat viele Leute verloren, das ist sicher. Aber das macht ihm keine Chance, um zu starten zu schießen. Er hat uns versucht, um uns zu helfen. Ja, und jemand stirbt. Ich bin kein Judd, aber das ist ein Verlangen in meinem Buch. Ich meine, du kennst, du kennst, dass jemand so etwas tun kann? Hm. Eigentlich, ja. Was hat sich passiert? Eine Frau in unserer Gruppe. Ihr Vater stirbt, und dann hat sie diese andere Frau. Wollt. Was hast du getan? Mein Freund hat sie verabschiedet. Hm. Und dann hat sie unser Auto verabschiedet und hat uns verlassen. Oh. Viersicher. Das ist lustig. Sie sieht nur wie du. Hm. Hm. Hey, Clem. Es gibt nicht viel Essen hier. Und Rebecca. Well, sie hat auch zu zwei. Du denkst, wir können das nur zwischen uns halten? Ich liebe es sogar sagen. Aber ich würde nie gegen die Gruppe gehen. Rebecca kann es haben. Ich sage nichts. Danke, Clementine. Es ist ein Schade. Nick war ein guter Mann. Er ist immer ein guter Mann. Er ist nur etwas verloren. Gott weiß, wir sind jetzt perfekt. Hell, ich bin glücklich, dass du mit uns bist, Clementine. Oh Mann. Eigentlich haben wir ja auch Hunger. Was? Ach du verdammtes Scheiß. Wir haben hier ein Problem. Ja, wir sehen. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall schnell weg hier. Wir haben ja noch das große Haus oben. Was wir gerade so eben erreicht haben. Rebecca sieht nicht so wirklich gut aus. Hört sich auch nicht gut an. Was sind wir auf jeden Fall schnell weg hier? Hoffen wir mal, dass keiner zu Hause ist. Oh Mann, ey. Ich hoffe mal, wir finden hier Essen und Trinken. Oh Mann. Ich hoffe mal, wir finden hier Essen und Trinken. Wie werden wir wissen, dass es ihnen ist? Wir wissen. Wir werden verfolgt. Okay. Dann klettern wir mal auf den Turm hoch. Und machen unsere Affenarbeit. Okay, dann gehen wir mal hoch. Okay, nicht nach unten. Okay, okay, okay. Okay, weiter. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich oben. Und dann können wir wahrscheinlich mit dem Fernglas mal nachschauen, ob uns irgendjemand gefolgt ist. Na, Vogel? Wie geht's dir? Okay, dann schauen wir mal. Da hinten ist die Brücke. Ja. Na, was ist denn da unten? Da ist jemand. Da ist jemand. Wait, ich sehe etwas. Was ist es? Ein Licht. Mehrere. Scheiße. Ach du Kacke, was geht da ab? Was geht da ab? Ich verstehe nicht, worüber die reden. Okay, die haben uns auf jeden Fall noch nicht gesehen. Der sieht ein bisschen aus wie... Nein. Das... Das... Das gibt's nicht. Das... Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich glaub's nicht, ey. Das hat mir jetzt total die Sprache verschlagen. Kenny... Ist das geil. Ist das geil. Ist das geil. Das ist ein paar Sekunden. Das geht's nicht weiter. Gut. Ja, der hier ist eine smarte blöde. Er macht eine blöde blöde, auch eine blöde. Na ja, warum nicht ihr zwei zusammenhören, während ich ein Essen starte habe? Bitte, mach dich selbst zu Hause. Du kannst deine Sachen dort verlassen. Wir werden. Ja, ich stehe mit meinem Riffel. Danke. Sie sind unsere Gastgeist hier. Es gibt keine Worte. Er sagt, dass er seine Schmerzen ist, dann. Kenny? Willst du für diese Leute, Klam? Wenn du mir sagst, dass sie gut sind, dann bin ich gut. Du bist derjenige, der eine Schmerzen hervorragend. Sie sind cool. Ich hoffe, es kommt jetzt kein... Streit oder sowas. Dad, schau. Ein Weihnachtstück. Ist das nicht großartig? Wir haben es alles gefunden. Es ist unglaublich. Das ist doch schon mal sehr schön, dass wir Kenny wieder getroffen haben. Kenny macht's vor. Sehr schön. Gut. Wenn ihr alle folgt, dann zeige ich euch, wo ihr schlafen könnt. Hat Kenny abgenommen? Der sieht so dünner aus. Oder täusche ich mich? Boah, auf jeden Fall geile Bude. Und jetzt sollen wir erst mal erzählen, was abgegangen ist. Li saved me. Ich war allein. Ich war allein. Ich habe Krista und Omeed gefunden, aber es nicht dauert. Sie sind beide weg. Sieht, dass es dir nicht leicht ist. Entschuldigung, darling. Ich wünschte, dass ich dich schneller gefunden habe. Wo bist du? All hell. All over, nach Savannah. Wie bist du da weg? Krista in eine hellige Scheiße. Ich habe sie eine Hand, und dann wurde es einfacher. Für eine Minute da war es nicht so gut für den alten Kenny. Long story short, ich bin Glück. Real Glück. Ich habe eine lange Zeit alleine. Und dann habe ich Sarita mitgebracht. Danke, Gott. Es ist toll, dass du zurückkommst. Sie sind beide? Clem? Das ist meine Frau, Sarita. Sie ist nicht schön? Es ist schön. Schön, dich zu treffen, Clementine. Hey, Walt, wo ist Matthew? Er ist noch da draußen? Natürlich ist er. Na gut, ich beginne mal. Carlos, richtig? Kann ich mich für deine Frau, für eine secretische Mission? Stay in sight, Frau. Können wir etwas zu helfen? Wir können eine Hand von draußen nutzen. Wir haben viele Supplieren zu bringen, bevor es die Krista entsteht. Klar. Clem? Warum hast du Walt mit dem Essen helfen? Okay, wir machen Essen. Ist das geil, dass wir Kenny wieder getroffen haben. Hey, Clementine. Hast du gut genug getroffen? Ja, danke. Excellent. Willst du mir ein bisschen Essen vorbereiten? Wie kennst du Kenny? Er und Sarita haben eine große Hilfe. Wir sind alten Freunde. Wir sind alten Freunde. Ich habe ihn kennenzulernen. Ich habe ihn kennenzulernen, nachdem es passiert. Wenn er mit Lee? Ja, er hat uns nur ein wenig gesagt gesagt. Connection mit Menschen ist so wichtig. Ich weiß nicht, was ich machen würde, ohne Matthew. Gott, du erinnerst mich an meine Studenten. Ich kann nicht vorstellen, was es ist, in der Mitte dieser Zeit zu leben. Hmm. 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 … … Okay, wir sollen uns hier jetzt umschauen. Und dann würde ich sagen, an der Stelle setze ich nochmal einen Break. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.